schön dass ihr wieder mit dabei seid zum neuen tasting video übrigens das erste tasting video nach der nach der videoserie von dem whisky adventskalender und ja der whisky adventskalender steht nicht mehr auf dem tisch ich habe mir auch wieder überlegt was stelle ich an deko hin jedes mal was anderes und dachte mir ja so ein t-rex geht immer den habe ich mir einfach mal von meinem sohnemann ausgeliehen und dann würde ich sagen lassen wir es mal beginnen mit t-rex auf dem tisch ja was habe ich heute im glas bzw werde ich heute im glas haben einen spayburn 15 jahre spayburn könnte man eventuell kennen hatte eine ganze weile hat es vielleicht auch immer noch so ein bisschen angekratzten ruf spayburn zehn jahre also der zehnjährige den gibt es manchmal auch wieder beim oder überhaupt beim discounter also ich hab den auch schon mal bei aldi gesehen ist auch nicht wirklich teuer liegt so in den 20 euro bereich finde ich ein bisschen schade dass der dadurch so einen kleinen knacks weg bekommen hat weil das eigentlich ein ganz guter runter whisky ist und ja da braucht sich auch nicht verstecken hier habe ich den 15er und ja was gibt es erstmal zu spayburn an sich zu sagen das ist ein spaysider steckt da schon so ein bisschen im namen ist auch wieder so eine mittelalte brennerei wurde in den 1890er jahren gegründet übrigens war der gründer von ich glaube 1897 oder so da bin ich mir nicht ganz sicher der gründer und inhaber der erste inhaber von der brennerei war auch inhaber von tobermory zu tobermory habe ich auch schon mal ein video gemacht zum led jig zehn jahre ich blende euch das video mal hier oben ein guckt euch gerne an da kriegt ihr noch ein paar infos dazu ja bei dem spayburn war es ganz lange so dass der zehnjährige die hauptabfüllung das standard der brennerei war irgendwann kam der 15er dabei es gibt auch einen 16er und 18er also die haben die palette erweitert spayburn ist auch eine sehr kleine brennerei oder die kleinste spay brennerei bin ich mit nicht sicher ob sie kleinste ist auf jedenfalls die sehr klein liegt in der nähe von der spay und gleich beim urgen roses genau in den 30er und 40er jahren hatte die brennerei mehrfach mal geschlossen über längere zeit wurde immer wieder geöffnet und hat sich jetzt doch etabliert gibt es immer noch und macht ganz schöne whiskeys genau da würde ich sagen lange rede kurzer unsinn probieren wir auch schon mal was wir hier im glas haben das ist wieder eine whisky probe beziehungsweise aus meinem whisky abo habe ich auch schon mal ein video dazu gemacht wo ich euch das vorgestellt habe dieses abo man kann ja noch gar nicht alle whiskeys als große flasche kaufen da brauchen wir dann schon eine ganze menge platz dafür und irgendwann ist einfach mein platz schon mal zur neige gegangen gut ich stelle ich das mal vorne hin der whisky ist übrigens nicht kühl gefiltert nicht gefärbt da sind ex bourbon fässer und sherry fässer drin amerikanische eiche und spanische eiche und wie ist der name schon sagt 15 jahre alt und hier habe ich wieder einen sehr sehr süßen whisky malzige süße citrusnoten sind hier mit dabei nicht unbedingt sondern sondern so eine zitrone sondern vielmehr so eine ganz ganz saure orange kennt ihr das wenn ihr so eine orange habt so eine apfelsine und die noch nicht so süß geworden ist sondern noch so eine extreme säure also so was wirklich so eine zitrussäure noch mit drin hat ansonsten dunkle schokolade tendierte früchte dunkle früchte also generell ist der sehr fruchtig sehr süß finde ich sehr angenehm ich hatte lange nichts rauchiges mehr ich bin ja eher so ein fan von was rauchigen aber der ist wirklich sehr angenehm durch diese zitrus noten ist es nicht einfach nur noch süß dunkle schokolade oder samtig der ist rund hier merkt man auch die sherry fässer ist wirklich eine schöne ausgewogene schöne ausgewogene aromvielfalt da ist nichts was irgendwo überhängt nichts was erforscht sich nichts was stört ja das riecht wie wie wenn man in so einer oder selber in der küche so einen fruchtkuchen bäckt also wenn man so diese süßen noten hat dann die dann die früchte noch dazu hat wenn man sich vielleicht dazu noch irgendwie ein kaffee oder kakao gemacht hat oder vielleicht ein glas wein trinkt also beim kochen oder beim backen machen das ja auch viele und das alles vermengt sich und vermischt sich und wird dann zusammen ja so ein zucker bäcker geruch also hier kann man sich auch eine ganze menge zeit lassen also der hat viel potenzial viel zu bieten ich muss auch sagen die also wenn man sich jetzt eine weile dort hinein riecht und und darauf konzentriert nimmt die zitrus note ein bisschen ab dieses karamell artige süße die schokolade kommt vor so schöne dunkle kräftige schokolade also tipptopp also da habe ich wirklich so eine alte landhausküche wo oma gerade so früchte torten bäckt und dazu vielleicht so ein ganz süßes gläschen pottwein trinkt also riecht man den ja nicht so stark aber so wie der schmeckt das hängt alles alles so in der luft vermengt sich schön wirklich sehr schön und dafür dass er nicht gefärbt ist hat er auch eine schöne farbe so ein schönes honiggelb goldgelb honiggelb so eine mischung naja würde ich sagen probieren wir es auch schon cheers mhm 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 also auf der zunge hat man jetzt eine menge gewürz so ein prickeln ähm angeregter speichelfluss man hat jetzt ähm man hat definitiv so eine so eine ledernote so nicht so dieses frische leder wenn man jetzt in so einen taschenladen geht oder halt in so einen in so einen stand auf diesen märkten ne ähm sondern schon so ein bisschen älteres leder so eine würzige note die sich mit diesem leder so vereint ähm eine kleine eiche ist mit dabei so ein ganz müh ganz schwach eiche ist dabei ähm kandierte früchte ähm vielleicht sowas wie rosinen ähm getrocknete mhm getrocknete trauben auf jeden fall was kandiertes die süße ist mit dabei jetzt ist aus der zitrusnote aus der sauren orange wirklich eine orange geworden und das sind so diese diese hauptaromen die dann wieder so ein bild geben also die orange ist da leder und ich mag ja so diese leder und tabaknoten gerne ähm wenn es immer schön wenn da was mit dabei ist ansonsten im abgang ist er relativ lang doch also der hat 40 prozent übrigens hab grad nochmal nachgeschaut ich war mir jetzt nicht ganz sicher ähm also der hat 40 prozent ist relativ lang und äh beim abgang ist er schön weich also da kommt jetzt nicht diese diese also ganz oft kommen ja diese diese gewürze durch oder generell so eine würze kommt dann durch die eiche kommt durch aber oder es wird trockener hier habe ich die süße die sich weiter trägt es ist weich es ist samtig es ist ein milder abgang ist ein guter einsteiger whisky auf jeden fall ist aber auch für den ja ähm gestandenen whisky trinker ähm auch eine schöne sache und wenn man jetzt nochmal rein riecht und am ersten verkosten man hat die aromen schon auf der zunge gehabt da ist auf jeden fall nochmal diese zitrusnote zitrusfrüchte die süße diese kandierten früchte also jetzt habe ich ja auch rosinen mit dabei ganz toll gefällt mir gefällt mir wirklich wirklich gut und eben diese ledrische note so dieses so wie so gesetztes altes leder riecht das kommt hier mit rüber es riecht halt ohrig erdig mit der süße wirklich so eine landhausküche oder so eine bauernküche ähm wo halt gerade gebacken wird wo noch so eine so eine altes holz in der küche mithängt ähm wo vielleicht so die messer oder die töpfe oder ähm Pfannen so an leder riemchen noch so aufgehangen wären ähm also gefällt mir wirklich gut kann man kann man machen kann ich empfehlen ähm schade dass Spayburn eben durch den 10 jährigen der auch nicht schlecht ist also das ist schon so ein charakter von dem 10 jährigen hier mit drin ähm meist immer so ein bisschen als billig whisky verschrien ist zumindest habe ich das so mitbekommen man liest das ja dann wieder im internet so 10 jähriger Spayburn ja gibt es hier gerade beim Discounter um die Ecke paarund 20 euro ähm aber der Preis ändert ja nichts am Geschmack also natürlich ist das meist so ein Indikator dafür ist einfach so na wenn man was besonderes will also hier hat man definitiv nichts außergewöhnliches ähm dann wäre es definitiv nicht so billig aber es ist halt ein bisschen schade dass es daran bemessen wird den 15er könnt ihr getrost probieren kann man auch seinen Gästen mal anbieten der ist wie gesagt nicht kühl gefiltert nicht gefärbt ähm 15 Jahre ähm ähm ist ja ein Standard könnte man schon mit sagen ist eine Abfüllung die man dort gut kriegt ähm wird es auch eine Weile denke ich noch geben ähm ja wer halt was Süßes sucht was für Anfänger was man auch seinen Gästen mal anbieten kann vielleicht so nach dem Kaffee oder als Absacker wenn man gerade abends schön deftig gegessen hat na dann noch mit jemandem am Tisch sitzt oder mit Gästen am Tisch sitzt ähm und dann halt noch so ein Whisky sich genehmigt ähm da hat man so einen schönen Whisky Nachtisch könnte man fast schon sagen passt denke ich mal auch ganz gut zu wild oder zu dunklen Speisen ähm ja ja ansonsten kennt ihr den habt ihr den selber schon mal im Glas gehabt wie findet ihr den schreibt es mir gerne in die Kommentare da würde ich mich immer freuen ich freue mich über jeden Kommentar ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben oder wenn ihr mir ein Abo da lasst und ähm auf viele weitere schöne Whisky Videos und natürlich auch zum Thema Wald und Laufen ähm bis dahin ich freue mich wenn wir uns wiedersehen schmecken lassen aus